Es ist Samstag, der 13.01. und ich möchte mir ein Achievement holen, um zu testen, ob ich die überhaupt noch kriegen kann, jetzt wo Steam nicht mehr so funktioniert. Dazu muss ich was Bestimmtes machen, was ich noch nicht verraten möchte. Und am besten probiere ich das erstmal bei Hide & Seek. Vielleicht geht's bei Hide & Seek gar nicht, aber man muss sicher testen. Deluxe! Hi, es geht instant los. Das gefällt mir. Es sollte relativ einfach sein, Hamza. Muss ich erstmal gucken, ob es jetzt geht. Schauen wir mal. Nein, ich habe nicht das, was ich dafür brauche für das Achievement. Aber gut, spielen wir erstmal so mit. Holy, wie viele waren da, meine Güte, wie viele sterben da gerade. Oh nein. Oh no. Ich bin weggerannt. Ach, shit. Oh man. Verpiss dich. Nein. Das wird schwierig. Okay, warum rennt ihr nicht alle aktiv entgegen? Was soll das werden? Oh, der Wind. Ey, nur noch eine Person, die wird jetzt verfolgt. Wie diese eine Person, das gerade carriert, ne? Das ist ja stark. Wahnsinn. Nein. All respekt für die Leistung. Richtig lang allein durchgehalten. Meiler. Ich habe es nicht, oder? Ich habe es wieder nicht. Das ist unfassbar. Ich habe wieder nicht, was ich brauche. Ich bin letztes Mal lebend, ich bin ein paar Mal im Kreis gelaufen. Der Imposter kommt nicht mal ansatzweise in meine Nähe. Das war doch mein Knopf, glaube ich. Ich bin ein paar Mal im Kleiner. Dann nur nur GG. Mehrder. Mehrder. Nein, du bist im Kleiner. Genau, sei mal nicht zu gierig. Unfassbar. Boah. Why? Ja stimmt, ich kann mir gar nicht erklären, warum das nervig ist, wenn du die ganze Zeit jede Runde freist, dass du Impostor wirst. Myla ist gegangen, das war zu viel. Die darf nicht jede Runde Impostor werden? Also, das ist ja unerhört, ne? KGB, natürlich mit der Gans. Jetzt kann ich es machen. Oh ja, ich kann es jetzt machen. Ich muss nichts weiter tun, als hier zu stehen und zu warten. Ja. Nein, ich muss runter. Nein. Gott, fuck. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Ich mag die Crew-Made-Vision von 0,6-0-0-0-0-0-0-0-1. Sehr spezifisch. Green Line. Nee, ich hab's wieder nicht. Oh, ich hab's verkackt vorhin, ey. Das ist so ein Mist. Ja, das dachte ich mir. BBY. Kann ich bitte das kriegen, was ich brauche? Nö, natürlich nicht. Ich hab's nicht mehr zu stehen. Whew. Hi. Oh! Da war er noch schneller da als erwartet, muss ich sagen. Aber das sollte er hoffentlich nicht mehr schaffen in den 40 Sekunden. Ja, easy. Was handt ihr mit dieser fliegenden Erdbeere? Das ist schon die zweite Person, die ich selig das hatte. Ja, jetzt werde ich es schaffen. Gut. Ich stelle mich hier wieder hin. Und warte mal. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Komm, kill mich, du Trottel. Yes. Ich krieg das Verschiefment. Ja. Man kriegt das Verschiefment, nämlich wenn man während des Gentars gekillt wird. Und ich wusste nicht, ob das nur im normalen Modus passiert oder auch bei Hide and Seek. Ich wollte halt testen, ob ich es kriege. Yeah. Geil. Schon bekloppt, dass man ein Achievement dafür bekommt, dass man sich killen lässt, oder? Ich wollte mich übrigens erst Scatman Scanfan nennen, aber dafür hat der Platz nicht ausgereicht. Scatman Scanfan. Victory. Achso, ich kann mir hier wieder was kaufen. Oh, 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 oh. Das wird mir aber wohl nicht reichen, in der Zeit, bis es in die Sonne gestartet wird. Ah, Viewcube. Ich muss mir hier noch ein bisschen was kaufen. Reicht ja aus, jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, ich hab's leicht. Ach, das Ding müsste voll sein, oder? Super. Da dann hier den Indie-Cube. Oh, ich kann nicht schon mal anfangen mit denen, die ich mir so neu geholt habe. Gift Cube und den Indie-Cube. Hier müssen auch noch Sachen gekauft werden, nämlich, weil die nicht die ganze Zeit verfügbar sind. Ich glaube, der eine nur bis Ende des Monats und der andere auch nicht so viel länger. Und dann bin ich jetzt auch noch der Monster-Typi. Ja, großartig. Dann gibt's ja auch noch Rechievements für, glaube ich, für 100 und 200 Wins als Monster. Das wird eine ganze Weile dauernd so selten, wie ich D-Modo spiele. Und man gewinnt hier auch nicht jedes Mal. So, hier, schnell, 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 schnell. Oh, fuck. Nein, hau nicht ab, hau nicht ab. Nein, bin ich ja ruhig. Oh, Mann. Ich drück die ganze Zeit auf die Kill-Taste. Die ganze Zeit über. So, das wird nicht so leicht. Komm schon. Oh, nein, nein. Drück. Boah. Vor allem mit so vielen Leuten wird's nicht einfach. Oh, das abgehen. Hier ist immer jemand drin, den direkt wie komm, komm, komm. Verdammt, das wird so übel, das zu schaffen mit der Zeit. Maaan. Nein. Komm. Oh, nein. Der hat sich vorhin schon erwischt. Nein, Gott. Boah, was ist das? Ich kann suchen. Ich kann suchen. Hier ist noch jemand drin. 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 Hier oben. Hier oben. Hier oben. Nein, wurde. Ich hab's nicht gesehen. Shit. Oh, ist das ein anstehender Modus. Noch drei. Komm, das haben wir hier. Wo sind die? Alle da drüben. 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 Die Wände. Die Wände. Oh, hier ist jemand drin. Hier ist jemand drin. Oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Oh. Das ist voll machbar, eigentlich. Ah, ich hab die Karte noch offen. Scheiße, ich bin dumm. Wo ist er? Oh nein, jetzt kommt der weggeraten. Oh. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, wo ist er? Wo ist er? Oh Gott, ich bin dumm. Ich bin dumm. Da unten irgendwo, da unten. Komm, ich hab ihn doch gleich. Ich bin so scheiße, Alter. Das ist eine Kacke für jetzt. Der will jetzt hier rausfinden. Der wird so was von wegwerken. Nein, ich hab die Tasche nicht erwürgt. Ich hab die Tasche nicht erwürgt. Ich bin so kacke. Komm schon, ey. Das muss möglich sein, ey. Ich hab ihn so schnell gefehlt. Der wird da oben sein. Der wird da oben. Oh, yes. So ist das nämlich. So ist das. So ist das. Oh, herrlich. Auch bei den Achievements, wo man Kills haben muss, einen Schritt näher gekommen. Bro, da kannst du mal sehen, wie das abgeht. Ich wurde gebannt, weil ich gewonnen habe. Ich wurde gebannt, weil ich gewonnen habe. Das muss man sich mal vorstellen. Oder was, wenn man da gewinnt. Okay, wenn die denken, dass das so ist. Oh komm, dann spielen wir noch ein bisschen normal jetzt, oder? Ich denke, ich hab immer noch Zeit in der Folge übrig. Grau, du bist ein Löwe-Löwe. Was? Einfach Kind, sagt die Behindert. Was? Wär schön. Aber ich will in den guten Raum erwischt. Ich sehe schon. Hättest du gesagt. Also ja, ich kann alles ganz normal machen in dem Spiel weiterhin. Ja, Pech ist ein Spiel, aber da beleidigt man nicht. Ja, so sehe ich das doch auch. Ich kann ganz normal Achievements bekommen, Erfahrungspunkte sammeln, Sachen kaufen. Das gefällt mir. Spielt jemand Stumble? Ja, komm, sei leise, hast einfach verkackt, war es dir fehlte Impostum. Du weißt nicht, was du damit anrichten kannst. Meine Fresse, wie serious. Wenn man ein Gehirn hat, hat man einen Vorteil. Wo bin ich hier nur hin geraten? Ja, ich glaube, das wird dir nichts mit dem Start, oder? Ich habe noch nie den Raum betreten, wo sich alle gegenseitig an die Gurgel sprengen. Aber es ist interessant, das Ganze zu verfolgen. Ach, Mann. Und du Teams mit Toten, ey. Ach, meine Fresse, ey. Ich glaube, ich werde heute keine Runde mehr starten. Ich glaube, wir werden bis zum Rest dieser Folge das hier angucken. Ach, schau mal. Geht doch noch los. Dann kann das Ganze hier noch mehr eskalieren. Wenn jetzt hier wieder irgendwas schief geht. Dann kann das Ganze hier noch mal ein bisschen weitergehen. Dann kann das Ganze mal ein bisschen weitergehen.